My house, my house, take a trip to my house Kroatien gegen Argentinien, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was denkt ihr, wer wird gewinnen Kroatien oder Argentinien, prediktet gerne rein, runter in den Kommentaren Bevor wir rein starten, kurz ja noch, ich habe gesehen, wie gesagt, ihr seid like, Paul Ich habe es die letzten Tage thematisiert und da hat es ganz gut geklappt Also zerstört auch heute wieder gerne den Like-Button, ich bin tech für euch am Start Egal was EA für Content bringt, ob er lost ist oder gut In letzter Zeit sehr, sehr viel loster Content und ich bin ehrlich zu euch, Freunde Wir müssen es ganz klar so sagen, es ist eine Frechheit Wieso diese beiden SBCs eine Frechheit sind, da gehen wir heute deeper rein Bevor wir rein starten, wie gesagt, gerne meine Video supporten Dann wird das Video geteilt auf YouTube mit einem fetten Daumen nach oben Zerstört ordentlich den Like-Button, wäre nice, wenn ihr euch kurz die 2 Sekunden Zeit nehmen könntet Falls ihr neu generell sein solltet, gerne kostenlos ein Abo da lassen Wir haben jetzt fast die 55.000 Abonnenten voll, auf dem Weg richten 60.000 Wäre ehre, wenn ihr täglich sowieso einschaltet, einfach mal kurz ein Abo da lassen Dankeschön dafür und wie gesagt, Meinung rein, runter in die Kommentare schreiben Das bitte nicht vergessen In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein und lehnen uns erstmal zurück, Freunde Weil ganz ehrlich, was ist das? Was ist das? Was ist das? Also, ich bin, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz ausholen, Friends Ich wäre der Erste, der wirklich, und das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig zuschaut Gab es auch einige Tage zwischen den letzten, wo ich immer Lost von EA, Fail von EA, Bodenlos von EA, Frechheit von EA immer gesagt habe Gab es auch Tage, die wirklich sehr, sehr gut waren von EA Seite aus, ja Also beispielsweise, jetzt muss ich mal gerade schauen, genau Gonzalo Ramos und Stolkov Die SBC an dem Tag, vor zwei Tagen war das Ganze top Da habe ich wirklich nichts zu meckern gehabt, richtig geiler Content Aber sonst haben wir ja, das ist Bodenlos von EA, Frechheit von EA Und so weiter und so fort Und ganz ehrlich, das haben auch schon viele reinprediktet oder geschrieben in die Kommentare Wo ich euch gefragt habe, wieso lasst ihr eigentlich keinen Like da? Warum seid ihr so like-faul? Da haben einige gesagt tatsächlich Ja, wir lassen keinen Like da, weil EA halt bodenlosen Content da lasst Und da muss ich euch ganz mal gerade ganz kurz fragen Was eigentlich da los ist bei euch Weil unabhängig davon, was EA bringt, wo ich keinen Einfluss drauf habe Würde ich halt gerne wissen, warum supportet ihr meine Videos nicht? Also nur weil der Content von EA schlecht ist, heißt das nicht, dass ihr keinen Like da lassen müsst Also wenn ihr meine Zeke aber unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da Und wenn nicht, wenn ihr keinen Like da lasst, dann lasst mir gerne wissen, warum Weil die Verhältnismäßigkeit, die stimmt einfach nicht Wir haben ein Video mit 5000 Aufrufen und nur 200 Daumen nach oben Also entweder mache ich was komplett falsch Und wenn ja, dann lasst mich das gerne mal wissen, weil was ist da los? Und wenn nein, wieso nicht? Also das mal kurz vorweg Das mal kurz vorweg, ja Aber ich finde, Fofana und Endlessiri, wo wir jetzt zum Thema zurückkommen Jetzt ernsthaft, Freunde, das können wir nicht schönreden Und apropos schönreden, ja Das haben auch einige in die Kommentare geschrieben Wir gehen mal gerade in den Shop Wir gehen mal gerade in den Shop Und ich glaube, das Pack ist immer noch da Zu den Probopacks Freunde, dieses Pack kostet 200.000 Münzen Oder 2000 FIFA Points Da ist ein World Cup Tauschtoken drin Und nein, ich werde dieses Pack nicht öffnen Und ich habe euch schon gesagt Ihr sollt dieses Pack am besten auch nicht öffnen Da ist zwar ein Token mit dabei Aber das ist wirklich Abzocke Das ist wirklich komplette Abzocke Es kann nicht sein Dass ein Pack, wo ein World Cup Token drin ist Wo EA weiß Den braucht vielleicht der ein oder andere noch Dass das 200.000 Münzen kostet Das ist ein komplett untradleder Pack Das kommt ja noch dazu Oder 2000 FIFA Points Freunde, wir gehen mal kurz hin 2000 FIFA Points 2000 FIFA Points So ungefähr 20 Euro das Ding Also sorry Und da haben welche Ernsthaft reingeschrieben in die Kommentare Wieso rege ich mich denn darüber auf? Wieso rege ich mich denn darüber auf? Haben einige geschrieben Also Freunde Da muss ich wirklich sagen Da zweifle ich an euch Also wer das hier schön redet Da bin ich da einfach raus Und da muss ich euch ehrlich meine Meinung sagen Dass es halt einfach bodenlos von EA ist Also sorry Aber das kann man anders nicht sagen Und jetzt gehen wir mal zu Fofana Freunde der Sonne ZDM Oh, wo denken wir direkt dran? Richtig Genduzi ist am Start 86er Rating Hier der Kollege der Fofana Was ist Genduzi? Auch ein 86er Grater Spieler Mittelhoch die Arbeitsraten ZDM, ZM Ja, ich weiß Er kann plus 2 kriegen Wenn Frankreich weiterkommt Aber guckt euch das mal an Wir haben 79 Tempo Wir haben 76 Schuss Wir haben 82 passen 84 Dribbling 84 verteidigen Und die Füses bei 86 Sieht erstmal ganz ausgeglichen aus Aber guckt mal auf die Uhr, Freunde Wir haben den 13.12 Wir haben den 13.12 Wir haben nicht den 1. Oktober Das sind Showdown-Karten Und geht gerne zurück Bei meinen Videos Geht zurück Und guckt bei Footbin auch Oder wo auch immer Guckt bei euch bei FIFA nach Solche Karten Solche Showdown-Karten Oder generell Von 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 Das sind Dynamische Duo SBC Nichts gemacht Gestern haben wir die 78 Spieler Aber gemacht Wir haben gestern Im gestrigen Video So viele 78 Pluser gemacht Ich habe euch noch nicht mal Alle richtig reingeschnitten Und da war wirklich nichts Tolles drin Ich weiß nicht wie ich bei euch aussah Aber Wieso gönnen sie da nicht Wieso gönnen sie da nicht Das verstehe ich nicht Yusuf Vorfahren Und warum ist der 86er geratet Auch wieder hier Endlich Siri 86er geratet Was müssen wir Für den Kollegen abgeben Richtig 84er geraten Squad Mindestens ein 86er Mindestens ein 85er Auch noch mit dabei Ich kann es nicht nachvollziehen Wirklich Also irgendwie Es wird müde Ich bin wirklich froh Wenn die Weltmeisterschaft Wenn die Weltmeisterschaft Content einfach vorbei ist Und hoffentlich Dann wieder besserer Content kommt Hochhoch Arbeitsraten Ja richtig Nur 3 Sterne 4 Sterne Gib ihm doch 4 Star 4 Star Wen wird das jetzt stören 4 Sterne 5 Sterne Oder irgendwas anderes Und dann guckt euch die Sets an Und auch hier wieder Ja 95 Kopfapparation 83 Ruhe Das ist zu wenig für jetzt Aber genau so Solche Stürmer Kann ich euch gleich auch Wie Sand am Meer zeigen Gibt es schon in der La Liga Ja Gibt es schon einfach in der La Liga Und insofern weiß ich gar nicht Worüber wir uns hier freuen sollen EA Aus EA Sicht Es ist World Cup Content Okay Für das Halbfinale Jetzt haben wir 23 Stunden Zeit Aber innerhalb von 23 Stunden Wieso ist die nicht Früher schon gekommen Wieso lässt uns die Zumindest 2 Tage Zeit 3 Tage Zeit Damit wir auch ein bisschen Futter Jetzt sind wir wieder in Hektik Wenn wir jetzt Verfahren erholen wollen Kein Futter haben Gestern kam Hero Pack Haben viele gemacht Die haben vielleicht Futter abgegeben Man weiß nicht Wie kommt man am besten An Futter dran Und das ist das Was ich am meisten kritisiere Aktuell Ziele ist nichts Neues Shop ist auch nichts Neues Ich weiß nicht Ob wir das Preview Pack haben Weil sonst Gehen wir jetzt auf jeden Fall rein Und vergleichen das Ganze mal Ich habe es euch eben schon Angeteasert Ja 7 Minuten noch Das Ganze Ähm Vergleichmäßig Wie sieht es aus mit Fofana Und wie sieht es mit N Nisiri aus Da gehen wir natürlich Etwas tiefer rein Und wenn wir mal Die Football Community Meinung noch reinnehmen Ja die sieht ähnlich aus 13% und Daumen hoch hier 25% Daumen hoch hier 70k Für eine Fofana Karte N Nisiri Haben wir 30k Was im Verhältnis Eigentlich auch schon Viel ist Ähm Aber natürlich denkt ihr Ey Frankreich kommt ja eh weiter Aber gut Marokko Spanien schon ausgeschaltet Und so weiter und so fort Portugal Da war schon einiges mit dabei Was man nicht erwartet hat Insofern ich würde es Marokko Auf jeden Fall Sehr sehr gönnen Ja ich wollte die beiden Jetzt mal mit euch Ein bisschen vergleichen Beziehungsweise Was gibt es denn da Sonst noch für Karten Ich meine wir können jetzt Unsere Upgrade anschauen Plus 5 Overall Oder plus 6 Overall sogar Und können sagen Wow Plus 40 Balance Plus 18 Trinity Alles schön und gut Das will ich auch gar nicht Schlecht reden Ja der Boost an sich Da sage ich gar nichts zu Da sage ich gar nichts zu Aber guck mal Wir haben eine 80er gerated Karte 3 Sterne 3 Sterne Was machen sie? 4 Sterne Weakfoot ihm geben Aber 3 Sterne Skills bleiben Mach ihn 4-4 Wen würde das jetzt stören? Mach ihn halt 4-4 Sterne 4 Sterne Es würde niemanden stören So 30k kostet das Ganze Wenn wir jetzt mal In die La Liga gehen Und dann uns die Positionen anschauen Stürmer logischerweise Ja Da seht ihr auch hier wieder Für 50k Kriegen wir eine Karin Benzema Karte Die 4 Sterne 4 Sterne Auf dem Transfermarkt 55k kostet Und auch da können wir gleich Direkt mal in den Vergleich gehen Also von mir aus Wir können ja generell mal Gerard Moreno Guck mal Günstiger als die SPC Gute 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 Alternative Morata Ja Guck mal Das ist auch eine gute Geschichte Mit den Token Die man sich mit Token holen kann Die Morata Karte 3 Sterne Skills 4 Sterne Genauso wie die Elnis Also das ist Den müssen wir eigentlich auch vergleichen Den müssen wir eigentlich auch vergleichen Und ihn natürlich auch Also das ist Das ist wirklich wild Das ist wirklich Falcao will ich gar nicht von Anfang Viele haben Williams SPC gemacht Depay Torres Das sind weitere Stürmer Oder Offensivleute Die in letzter Zeit kam Am Anfang noch Don Äh Danjuma Der kam relativ früh Den können wir eigentlich auch mal vergleichen Stuani Offensivmann Boah wann kam der Der kam auch mega früh Der hat auch 4 Sterne 4 Sterne Das ist genau das was ich meine Munir ist am Start 85er geratete Karte Auch offensiv am Start Ja Und das ist dann für mich halt Dieser Punkt wo man sich einfach denkt Okay Endi Siri Äh Endi Siri natürlich So da haben wir ihn Endi Siri Und Wen können wir noch hinzufügen Ja von mir aus gerne mal die Morata Karte Damit würde ich mal anfangen Also Da haben wir das Ganze jetzt mal hier Schwarz auf Weiß Wenn wir denn so wollen Also Morata Mehr Ingame Stats Danjuma fast gleich wieder Und das ist das was ich eben gesagt habe Am Anfang von FIFA Alles sehr 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 ähnlich Danjuma können wir rausholen Gerard Moreno Können wir mal reinziehen In das Ganze 88er geratete Karte Bald Endi Siri ja auch eine 88er geratete Karte Hat jetzt stand jetzt auch mehr Ingame Stats Ja Ja und äh Wir können den Normal Benzema jetzt hinzufügen Also wir können das ja Und das ist jetzt Äh das ist jetzt nur mit Endi Siri der Fall Ja So Benzema ist auch gut Benzema natürlich So und guck mal Das ist eine 91er geratete Karte 50k auf dem Transfermarkt 4 Star 4 Star Genauso viele Ingame Stats Wie jetzt ein 86er geratete Endi Siri Mit 3 Stern 4 Stern So Das ist jetzt einfach nur ein Vergleich Ne Und äh Apropos Vergleich Kommen wir dann zu Gendusi Der ja auch direkt vorne mit dran ist 144k Der ist witzigerweise jetzt auch noch gestiegen War unter 100k sogar Unter 100k Also fast so toll wie die SBC jetzt 4 Sterne 3 Sterne Und da sind wir dabei Fofana dem Kollegen Wollen wir ihn denn Benzema hier Fofana Yusufa Yusuf Mofana So 3 Sterne 3 Sterne Auch wieder der Boost Ja das sieht alles schön aus Natürlich Toll Aber es blendet Weil genau solche Karten Haben wir wie Sand am Meer Auf dem Transfermarkt Ja Und da können wir auch in die League Oh wieder gehen Und da mal den Positionsvergleich machen Die ZDMs Da mal ranziehen Ne So Aktuell ja draußen Traore auch ein guter Pull 17k kostet 86er gewählt Mit 90 saftig Pace Mit 90 Pace Fofana auch einer 30k Wir haben Sissoko 55k 50k auf dem Transfermarkt Danilo Pereira Da ist das gleiche wie mit Morata wieder Günstig zu kriegen mit Token Wir haben Gendusi am Start Fofana jetzt durch diese SBC Hier Magier damals Fofana Wäre im Endeffekt Jetzt auch eine 10k Karte Wenn man es jetzt böse sieht Ja ohne Abgeld Das ist Das ist aber keine SBC Die 70k kostet Also Wir können hier auch gerne wieder In den Compare geht Und Gendusi ranziehen Oder Wie wir es machen wollen Ist auch komplett egal Ähm Aber Ich würde es halt gerne verstehen Ich würde es halt gerne verstehen Guck mal E-Game Stats Fast sogar identisch Ein bisschen mehr hat Gendusi Ich meine klar Der kostet jetzt ein bisschen mehr 70k zu 140k Der ist jetzt gerade hochgegangen Ähm Aber das ist eine Bombenkarte Und wenn Ja Wenn ihr keinen Bock mehr auf den haben Haben solltet Könnt ihr wieder verkaufen Für den Preis Das könnt ihr mit dem Fofana Eben nicht mehr machen Ja Und das ist der Punkt für mich Wo wir einfach hier mal Wirklich Retalk reden müssen Mit EA Und einfach sagen müssen Was soll das Also was ist die Logik dahinter Ich würde es gerne verstehen Vielleicht habt ihr die Logik dahinter verstanden Ich will nicht wirklich immer der sein Ne Und da kommen wir dann wieder Zu dem Thema Was ich eben gesagt habe Ich will wirklich nicht der sein Der hier immer drauf trischt Und sagt Ich würde gerne lieber Wie damals Als zum Beispiel noch keine Leaks waren Und damals und so weiter und so fort Würde ich hier sitzen mit euch Freunde Und mich wirklich freuen wieder Über den Content der kommt Und wieder happy sein Was denn da los ist Aber 200k set im Shop alleine Freunde Da kann ich wirklich nur hier Mir denken Was ist da los Gehirnzellen Ich weiß es nicht Aber man fragt sich einfach warum Warum Und das macht mich einfach traurig Euch vielleicht auch Ich hoffe Ich mache euch trotzdem eine Freude Dass ich täglich für euch am Start bin Jetzt sind wir ein bisschen eskaliert Das Video ist ein bisschen länger geworden Ich hoffe das Ganze ist kein Problem Freunde Aber Lasst mich gerne eure Meinung wissen in den Kommentaren Und mich wird es freuen Wenn ihr morgen wieder einschaltet Hier könnt ihr jetzt das Mittag Video von heute Mittag abchecken logischerweise Da habe ich mir einiges auch an Mühe gegeben Denn die Upgrades sind da Ja Showdown Upgrade von Turam Und natürlich auch die Pass-to-Glory Upgrades Wurden geupgradet Alles könnt ihr hier Einmal sehen Viel Spaß bei dem Video Und damit bis morgen Euer Flo von Archie Gaming Ciao Leute Untertitelung... Untertitelung des ZDF, 2020